hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von cute clay mein name ist anna und wir machen heute gemeinsam eine kleine süße raupe für deinen stift lege ein maßband rund um deinen stift und rechne ruhig ein paar millimeter für den kopf und das ende hinzu da sich diese überlappen werden beginnen wir mit fimo peach das rollen wir zu einer langen schlange aus eine seite schneide ich mir gleich flach zu das wird quasi die innenseite weiter geht's mit fimo neonblau hier benötigen wir nicht ganz so viel machen auch wieder eine schlange und holen diese flach aus schnappt hier einen herzverstecher und stich nach und nach herzen aus sie müssen nicht unbedingt perfekt sein es muss auch nicht unbedingt ein herzverstecher sein es wäre auf jeden fall gut wenn es eine ähnliche form hätte also spitz zulaufend ich drücke hier auf einer seite flach nieder damit ich weiß hier überlappe ich jetzt kann es auch schon losgehen wir verteilen die blauen herzen überlappend auf der дис roy Correct bilateral eine j Michael 2 diese man ja er ja nicht bis wir liner Ich zeige euch heute gleich zwei Varianten, einmal mit Fühlern und Augen und einmal mit Armen und Augen, das heißt die Fühler werden später zu Arme, aber sie selbst. Beginnen wir mit Variante 1. Wir rollen uns hier wieder Fimo Peach ein wenig aus, eine kleine Menge, das werden Fühler bzw. Arme, schneiden uns kleine Teile weg und die werden wir noch abfallend abschneiden. Und mit einem Dotting Tool kannst du sie dann direkt auf der Raupe befestigen. So sind das süße Fühler. Für die Augen machen wir uns ein kleines schwarzes Kügelchen, schneiden es in der Mitte durch und machen daraus wieder zwei kleine Kügelchen. Mit einem Dotting Tool kannst du dann zwei kleine Mulden machen und diese klitzekleinen Augen mit Fimo Liquid oder ohne platzieren. Damit unsere Raupe noch ein bisschen peppiger aussieht, verwenden wir Fimo Neon Pink, rollen das dünn aus zu einer Schlange und schneiden uns kleine Stücke ab. Diese rollen wir zu einer kleinen Kugel und befestigen sie dann auf der Raupe mit Fimo Liquid. Musik 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 Ich habe mir dann die Raupe geschnappt und einfach eingerollt Ihr seht, das Ende überlappt jetzt über den Kopf, weil ich euch Variante 2 zeigen möchte Wir drehen das Ganze einfach um, am Ende sind jetzt die Augen Und so sieht es aus, als hätte die Raupe zwei kleine Ärmchen Nach dem Backen gut auskühlen lassen und dann mit Fimo Glanzlack einfach innen und außen lackieren Ich habe ihn einfach auf diesem Werkzeug gelassen, also auf diesem Dotting Tool Und ihn dort trocknen lassen, einfach rein in einen Becher und fertig Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wünsche euch noch einen schönen Tag Und bis zum nächsten Mal, ciao!